Hallo und herzlich willkommen zum Rocket League Shop Video. Wir gucken mal rein, was heute Neues gibt. Los geht es, liebe Freunde. So, hier haben wir noch dieses Auto hier oben. Keine Ahnung wie cool das ist. Auf alle Fall, wenn ihr das in Rocket League kauft, bekommt ihr das in Fortnite. So, dann haben wir noch diese Artikel für geile Rocket League Coins hier oben. Dann gucken wir mal in den täglichen Shop. Da haben wir die Artikel für geile Rocket League Coins. Dann haben wir noch die Blockierung für geile Rocket League Coins. Dann haben wir noch die Rune Aukureifen für 600 Rocket League Coins. Das ist nochmal besonders! Dann haben wir noch die Rune Aukureifen, die animiert werden für 900 Rocket League Coins. Dann haben wir noch die Giges Namensschild. keine ahnung wie teuer es ist weil das besitze ich nämlich auch so den guck mal bei eventgarten was gibt denn da noch immer noch gaspill immer noch die gaspill copper schon hier geht noch geil tage euro geil tage beim gaffelnorten job dann sind die wieder rauf dann holt euch noch falls ihr gar von bach haben wollt so weiter geht dann haben wir noch biegelgarten hier immer noch grüner die copper schon immer noch die geht noch vier tage die copper schon und dann ist die auch vorbei also wenn euch gut haben wir noch gehen genau richtig geht hier immer noch die ist bange das ist gehe ich und ja dann kann ich euch nicht sagen wie keuer das bange ist so haben auch viele pakete ein bisschen hier geht da oben aber naja ja die beim noch fein gleich stelle und wenn ich will hat das noch geht so der kg ist dann aber noch die starke praktik vor vier euro fuß ich habe es bleibt noch so richtig lang zeit im job und aga praktik hat so gerne noch hier für 18 euro 90 bleibt auch noch lange lange im shop und ja das war auch mal wieder mit dem rocken die shop video lachen abo gar ich freue mich mehr gerade freuen wenn ihr den graben nach oben gelacht und dann wo ich gern bis zum nächsten mal und dann zu früh klauen